Herzlich willkommen zum Gewüsefahren-Podcast und damit begrüße ich meinen Kommoderator Tom Arte. Hallo Tom! Lauter! Hallo Arte, hallo Leute. Und ja, wir bleiben in der Goldgrube, aber gehen heute mal ins dunkle Tal gen Osten. Ja, willkommen in der Heimat. Ja. Ihr hört ja, wir kommen aus Sachsen. Und ja, da ist uns diese Doku ins Auge gefallen von Respekt Kompakt, unserem Lieblingsformat. Bei ARD Alpha. So, da lief diese Doku am 2.10.2023. Steht jetzt hier. Warte mal, 2.10.2023, das kann ja gar nicht sein. Wie kommt denn auf das Datum? Dann wird die nochmal laufen, denke ich. Vielleicht, ja, okay. Jedenfalls heißt das, der Osten, mehr als ein Klischee. Und im Text heißt es dazu, sind die Menschen im Osten Deutschlands wirklich demokratiefeindlicher und ausländerfeindlicher als die im Westen? Respekt begibt sich auf eine Spurensuche durch den Osten Deutschlands. Schön. Tja, dann sage ich, willkommen im Wohnzimmer. Dann zeig uns mal, was wir von dir tollen Reporter-Ends lernen können, wie Demokratie geht. Ja, ich bin richtig gespannt. Also, das ist ja so ein bisschen unser Heimspiel jetzt. Wir wissen ja genau, worüber die reden. Eigentlich hätten wir fast die lange Version machen können bei der Sache. Naja, egal. Ja, okay. Das Kompakt ist schon okay, finde ich. So, gib's uns. Genau. Achso, weil ich's grad sehe, kommt es dann richtig im OBS an? Du bist halt nicht im Vorbild. Aber es passt dann, oder? Klar. Okay, gut. Das ist der Nachteil. Jetzt kann ich dir über die Schulter gucken und reinreden. Verdammter Stalker. Bei Respekt geht es heute um den Osten Deutschlands. Ich will mir mal genauer anschauen, was hat es denn eigentlich mit den ganzen Klischees auf sich und kann man heute nach 30 Jahren Mauerfall überhaupt noch vom Osten sprechen? Also, ganz kurz. Natürlich kann man noch vom Osten sprechen und ich hoffe, es gibt auch noch Unterschiede von uns Ossis zu den Wessis. Ja, man kann auch vom Süden sprechen und vom Norden. Ja, wow, wow. Darf er das? Wobei, streng genommen ist es ja Mitteldeutschland, aber das Fass wollen wir jetzt nicht aufhören. Auch wenn der Sender hier MDR heißt. Ja. So. Mit der Art und Weise, wie Demokratie in Deutschland funktioniert, sind alles in allem 52% der ostdeutschen Bürgerinnen und Bürger wenig oder überhaupt nicht zufrieden. So das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage vom September 2019. Unterschiede gibt es je nach Alter. Zufrieden sind eher die Jüngeren, nämlich 66%. Bei den über 60-Jährigen sind dagegen nur 41% zufrieden. Ja, woran könnte das bloß liegen? Dass diese Leute das alte System kennen und merken, oh, also irgendwie gibt es ja Parallelen. Kann das sein? Ja, auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Also die Jungen, die sind halt schon mit diesem Ein-Lull-System aufgewachsen. Also sie werden schon seit Kindesbeinen an vom BRD-Deutschland-System eingelullt, von den Medien, von der Schule und so weiter und kennen das einfach nur so. Aber wie du richtig sagst, die älteren Leute, die haben die DDR miterlebt und erkennen ganz viele Mechanismen wieder, die heute bei uns auch so laufen. Angefangen eben hier bei den Medien, also bei diesem ganzen Framing, das hier läuft. Damals siehst du es natürlich noch nicht, Framing in der DDR, aber das fand da auch so statt. Dass dann zum Beispiel, wenn Demos waren, dann waren das halt Rudel, die sich gebildet haben und so. Also schon allein die Wortwahl, die dann fällt. Also das ist den Leuten einfach noch bewusst. Ich meine, es geht ja hier schon los mit dieser Frage mit Politikverdrossenheit. Das hätte man ja auch anders formulieren können, diese Frage. Wie zufrieden sind die Ostdeutschen mit der Demokratie, hätte man ja auch stellen können. Aber nein, man sagt, wie groß ist die Politik? Politikverdrossenheit. Also finde ich, da geht es schon los. Warte mal, nee, ich glaube, die Frage war, wie zufrieden sind sie mit der Politik? Und die interpretieren das als Politikverdrossenheit. Also die Überschrift von dem Abschnitt jetzt hier hieß so. Die heißt Politikverdrossenheit, ja. Achso, du meinst, die sind nicht unbedingt Politikverdrossen, die wollen halt nur eine andere Politik. Ich meine, also warte, ich kann ja mal zurückspringen, wenn das hier geht. Heute im 30-Jahr-Mauerfall überhaupt noch vom Osten sprechen. So, hier, das meinte ich. Das hätte man ja auch anders formulieren können, ne? Warum? Ja, weil das ein negatives Wort ist. Und das ist dann gleich mit dem Osten verbunden. Also ich finde, da fängt das schon an. Ja, 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 okay, okay. Ich bin da an der ganzen Cape-Shits in dem Moment. Sehr sächsisches Wort gerade. Aber ist okay, ist okay. Gut, wir machen mal weiter. Wir waren etwa hier. So, hier. Auf die Frage, ist das Angebot von Waren und Dienstleistungen im Vergleich zur DDR heute besser, sagen 88 Prozent der Befragten ja. Dafür finden 68 Prozent, die soziale Gerechtigkeit habe sich verschlechtert. Ebenfalls schlechter als in der DDR finden 70 Prozent den Schutz vor Kriminalität und Verbrechen. Und 73 Prozent beklagen eine schlechtere Sicherheit des Arbeitsplatzes. Das können wir ja im Einzelnen jetzt mal durchnehmen. Also klar, Sicherheit des Arbeitsplatzes, logisch. Natürlich ist die im freien kapitalistischen Westen schlechter. Also ich meine, du hattest in der DDR ein festgeschriebenes Recht auf Arbeit. Und das war aber ja auch gleichzeitig die Krux an der DDR, weswegen vieles nicht sehr produktiv war, weil die Leute hatten gar keine Motivation, sich Mühe zu geben, weil du hast ja deinen Job so oder so behalten. Ja, also der Witz, dass vier Leute die Leiter halten und einer wechselt die Krippe, der kommt nicht schon ungefähr. Ja, genau. So, dann das Thema Schutz vor Kriminalität und Verbrechen ist heute schlechter als früher. Ja, logisch, oder? Ja, definitiv. Also vielleicht, wenn man jetzt mal den Staat weglässt, so die nur ganz normalen Verbrechen, ja, war damals definitiv weniger. Ja, das liegt an mehreren Dingen. Erstens natürlich Migration. Das ist unser Lieblingsthema, ihr wisst das. Horst Seehofer hat das mal als die Mutter aller Probleme bezeichnet und deswegen auch hier wieder Migration. Klar, also es gab in der DDR nicht so viel Migration und wenn Migranten kamen, dann waren die natürlich äußerst ausgesucht. Dann kamen die nur aus ideologisch befreundeten Staaten. Dann waren das irgendwie die Vorzeige-Kubaner und die Vorzeige-Wildmamesen, die ankamen und hier was gemacht haben. Mit denen haben wir noch nie Probleme gehabt im Osten. So, jetzt sieht das ganz anders aus, wie ihr wisst. Also brauchen wir gar nicht weiter vertiefen. Und ein anderes Thema, was ich ziemlich spannend finde, ich habe da nämlich lustigerweise letztens erst mit meiner Mutter drüber geredet. Meine Mutter hat zu mir gemeint, die Leute hatten auch einfach viel mehr Respekt vor der Staatsgewalt. Man muss auch ehrlich sagen, Angst. Also weil es war ja jedem bewusst, wie krass die DDR durchgreifen konnte. Also wenn du, es hat ja gereicht, du bist schon alleine wählen gegangen zum Beispiel, dass dann jemand von der Stasi bei dir vor der Tür steht. Naja, was ist denn da los gewesen? Sie haben nicht gewählt? Und so tausend solche Sachen. Oder du sagst in der Schule mal, was falsch ist. Ja, und am Ende landst du am besten noch in Torgau. Also ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das war so ein Jugendstraflager. Man muss es sagen, so eine Art KZ in der DDR ist leider oft vergessen, finde ich. Es ist ganz schrecklich gewesen, was da passiert ist. Wurden halt dissidente Jugendliche eingesperrt, die dem sozialistischen System widersprochen haben. Die raun ist, ja. Genau, die wurden da in der Gehirnwäsche unterzogen. Also so wie im Roman 1984, so muss man sich das auch dort tatsächlich vorstellen. Genau, oder wenn du in der Armee irgendwas Dummes gesagt hast, dann bist du halt nach Bautzen gekommen. Und es hat dann nie einer über Bautzen geredet, der zurückgekommen ist. Ja, ja. A, weil er Schiss hatte, dass jemand gerade von der Stasi ihn das fragt. Und dann geht es nochmal dahin. Und B, weil das halt wirklich ein Misshandlungsknast war. Ja, ja. Also da warst du halt, da warst du eine Schabe für die Leute dort. Genau. Das sind ganz schreckliche Dinge bei dir. Ja gut, deswegen war einfach die Kriminalität weniger. Mich wundert es, dass ja nur 70 Prozent tatsächlich. Ich hätte es höher gedacht. Hm. Ja, wie es halt so ist, man kann da viel interpretieren und so. Das Ding ist ja nämlich auch, die Frage ist ja vielleicht auch gewesen, ob du immer bei allen Dingen dich wirklich geschützt gefühlt hast. Vielleicht gab es ja noch so etwas schlechter oder so als Möglichkeit, was man jetzt hier nicht sieht. So, und dann haben wir das Thema hier, soziale Gerechtigkeit. Achso, Angebot von Waren. Erstmal das, Angebote von Waren und Dienstleistungen sagen 88 Prozent besser heute. Ja, ist logisch. So, soziale Gerechtigkeit. Erstmal, da war schon wieder die Hundepfeife in der Prozentzahl versteckt. Das hier finde ich jetzt tatsächlich interessant, weil da würde ich tatsächlich widersprechen hier, bei dem Punkt hier. Dass die Sozialgerechtigkeit heute in der BRD schlechter wäre als in der DDR. Also wie siehst du das, bevor ich jetzt hier loslege? Hm. Ist jetzt die Frage, was man darunter versteht. Also wenn man darunter versteht, dass man sich so gegenseitig hilft, so im Kollektiv sozusagen, dann denke ich, war es früher wirklich besser. Wenn du jetzt einfach nur so den monetären Aspekt jetzt mit dem tollen Bürgergeld nimmst, würde ich sagen, es ist heute entspannter durchzukommen. Solange hier nicht alles kollabiert, kannst du von dem Bürgergeld recht entspannt leben. Wir sind ja beide relativ anspruchslos. Achso, interessant. Ich habe das sogar noch ganz anders interpretiert. Also ich denke halt bei dem Thema soziale Gerechtigkeit an die Karrieremöglichkeiten, die dir offenstehen, rein deinen Fähigkeiten wegen. Und das war ja in der DDR gar nicht gegeben. Also ich habe das selber in der Verwandtschaft ganz oft erlebt. Also gut, das klingt so abgehoben, aber es ist einfach so, zum Beispiel meine Mutter hatte wahnsinnig gute Schulnoten. Die hatte irgendwie einen Schnitt 1, noch was. Aber konnte halt nicht studieren, weil die kannte halt gehen, waren in der Partei und tausend Sachen. Das wollte ich gerade einwerfen. Also da ich das selber im Bekanntenkreis habe, du musstest halt den sauren Apfel schlucken und das Parteibuch dir holen. Dann standen dir alle Wege offen. Dann konntest du studieren, Vergünstigung kriegen, schneller eine Wohnung bekommen, dies, das. Genau. Also da gab es auch ganz viele Leute, die überhaupt keine überzeugten Parteigänger waren, die einfach gesagt haben, ich will hier aber irgendwie aufsteigen. Also scheiß drauf, ich fresse jetzt das Parteibuch. Bei meinem Opa war es zum Beispiel auch so in den 60ern. Auch da hatte er super Schulnoten. Und er ist dann nur so über Umwege, hat er eine Ausbildung bekommen, die besser war. Ja, kann ich das so sagen. Ich sage es einfach, der war technischer Zeichner dann geworden. Und das war damals schon begehrt. Aber das ging halt wirklich nur, weil er da jemanden kannte, so seine Tante kannte da irgendjemanden in der Partei und so. Der konnte da was vermitteln. Aber da war zum Beispiel soziale Gerechtigkeit einfach nicht gegeben. Solche Stellen wurden nicht vergeben nach Leistung. Die hast du halt irgendwie so unter der Hand bekommen. Genauso studieren. Es hat ja schon gereicht, wenn du christlich warst, wenn du in der Kirche warst, dann konntest du nicht studieren. Ja. Wenn du konfirmiert warst. Also du hattest ja so, in der DDR gab es so einen Scheideweg, wenn du 14 wurdest, lässt du dich konfirmieren. Also bist du christlich oder machst du Jugendweihe? Das war so die atheistische Alternative. Das sozialistische Pendung, ja. Ja, genau. Und ja, wenn du konfirmiert wurdest, dann konntest du nicht studieren. Das konntest du einfach nicht. Ja, okay. Das ist mir auch neu tatsächlich. Ist tatsächlich so. Gut, und heute ist halt Geld der ausschlaggebende Faktor in aller Regel, ne? Also ohne Geld kommst du halt auch nirgendwo hin. Hm, und da würde ich halt sagen, würde ich schon die BRD als gerecht jetzt, was Berufe angeht, empfinden. Weil du hast ja zum Beispiel BAföG. Wenn du studieren willst und du bist arm. Ich meine, meine Eltern sind auch eine super reich. Und trotzdem habe ich es hingekriegt. Wie gesagt, also wenn du das Parteibuch dir geholt hast, dann gab es auch solche Förderungen. Also da kann man sich jetzt halt streiten, ne? Das ist ja nicht sozial gerecht. Also ich kann wirklich an der Stelle nicht sagen, die DDR wäre sozial gerechter gewesen. Kann ich einfach so nicht sagen. Ja, aber gut, jeder konnte sich das halt abholen, ne? Ob er daran glaubt oder nicht. Also ich finde das ja auch nicht schön, da irgendeine Sache vorzuspielen. Ja, eben. Aber prinzipiell konnte jeder sagen, ich fuck it. Ja, aber da muss ich hart widersprechen. Also das ist, finde ich, gar kein Argument. Das konnte sich ja jeder abholen. Also wenn das geknüpft ist an so eine krass weltanschauliche Partei, der du dann beitreten musst, du musst ja dann mega das System unterstützen. Das ist heute halt nicht so. Also du kannst so mümselst das System verachter sein in der BRD und dir stehen alle Berufswege offen. Und da sind wir vielleicht wieder bei den Parallelen, noch geht das. Ja, schauen wir mal. Gut, jetzt wird es geschwudelt. Okay, wollen wir weitergehen? Ja, ich wollte eigentlich nur bei den Warn-Geschichten sagen, dass das halt nicht alles ist, ne? Also diese hier, was am Anfang war hier. Ah, die Warn- und Dienstleistung, ja. Oh, sorry. Warte, lass mich bitte. Ich mache das alle drei Sekunden. Genau, 88% sagen, das Angebot von Warn- und Dienstleistung ist in der BRD besser, logisch. Aber das ist, also Konsum ist nicht alles. Welche Überraschung. Richtig, Konsum macht nicht glücklich auf Dauer. Also es macht sicherlich glücklich, aber es kann nicht der Hauptlebenssignal sein. So. Haben wir hier noch eine tolle Tortendiagrammgeschichte? Ne, das waren alle. Sicherheit des Arbeitsplatzes. Ich bin von hinten nach vorne gegangen. Okay, dann mal weiter. Ich bin gespannt, wie Sie das versuchen zu erklären, tatsächlich. Ja, genau, hast recht. Ehe wir jetzt vorgreifen, gut. Die Westdeutschen würdigen die Leistungen der Ostdeutschen seit der Wiedervereinigung nicht ausreichend, sagen 80% der Ostdeutschen. 70% finden, dass bei politischen Entscheidungen zu wenig Rücksicht genommen wird auf die Meinung der Menschen in Ostdeutschland. Da kann ich gleich mal einhaken. Also definitiv, schon allein deswegen, dass hier die ganze obere Entscheidungsriege in der Stadt, auf dem Land, im Landtag, halt in der Regel aus Westdeutschland kommt. Ja, das muss man wirklich sagen, das ist ein krasses Phänomen, was eben als Ossi einfach so sehr auffällt. Überall, in allen Landesparlamenten, in jedem Stadtparlament oder so, die Leute sind extrem viel, die Politiker sind extrem viel aus dem Westen. Das ist sogar schon an den Unis, also zum Beispiel TU Dresden hat einen Dekan von drüben. Also das ist wirklich so eine gläserne Decke, die real existiert, meiner Meinung nach. Ja, ja. Also ich, zum Beispiel fällt mir da ein, Thomas de Maizière, der war doch, der hatte doch auch irgendwas, ah ja genau, der ist nämlich, ich hab den gerade mal kurz gegoogelt, der ist in Bonn geboren, also im Westen, 1954 und dann war er halt 1999 bis 2001 Chef der Sächsischen Staatskanzlei, dann Sächsischer Staatsminister der Finanzen und so. Er ist halt hier im Sachsen, hat er so seine Karriere gemacht in 2000ern und ja, war aber halt, wie wir so sagen, nehmt das nicht abfällig, das ist keine Beleidung, ein Bessi. Er war halt von drüben und kam halt drüber, hat hier seine Karriere gemacht und so, das nimmt man einfach wahr als Ossi. Das haben wahnsinnig viele gemacht. Kleiner, kleiner Nebenfakt ist auch, dass zum Beispiel die NPD ganz durchsetzt ist von diesen Westkatern, also die NPD war ja mal so in den, lass mich raten, 60er, 70er Jahren teilweise im Landtag vertreten, irgendwo in Westfeuchland, ich glaube in Hessen und dann haben die gar nichts mehr gerissen und dann sind die nach der Wende alle hier rüber und haben sozusagen die NPD-Führung übernommen. Gut, die Hälfte V-Leute, aber... Ja, klar. Ich wollte noch mal kurz zurückgehen. Westdeutsche würdigen die Leistung der Ostdeutschen nicht ausreichend. Das ist auch so eine Aussage. Finde ich ein bisschen komisch, die Aussage, weil, naja, ich frage mich so ein bisschen, wie würde ich das wahrnehmen, dass meine Leistung gewürdigt wird, wahrscheinlich nur am Lohn. Und da muss man sagen, der Lohnunterschied ist natürlich schon krass zwischen Ost und Westen. Aber da kommen wir jetzt lang in die Diskussion, natürlich ist auch das Lebenserhaltungsniveau im Osten viel niedriger zu haben. Also Mieten sind hier geringer. Also das Einzige, was ich so von der Baustelle mal mitbekommen habe, war so ein Spruch im Sinne von, was habt ihr 40 Jahre hier gemacht, hier sieht es ja immer noch aus, je nach dem Krieg. Also das habe ich, also ich nicht, sondern der Vater, aber ist ja egal. Der Punkt ist, glaube ich, dass Westdeutschland vergisst, dass hier kein Marschallplan existiert hat. Also hier hat eher so der UNO-Reverse-Marschallplan existiert. Ja, und uns wurde alles abgesaugt. Also die DDR war so ein bisschen der Vorzeigesatellitenstaat vom Sowjetsystem. Hier hat es noch halbwegs funktioniert alles. Und ja, das wurde alles abgesaugt, die Energie. Die hier am Start war. Ja und nein. Also vielleicht so für die westdeutschen Zuhörer, die das nicht kennen. Also Westdeutschland, klar, Marschallplan, da hat die USA alles reingepumpt und wieder aufgebaut. Und in Ostdeutschland war es vor allen Dingen nach den ersten Kriegsjahren so, dass hier alles ja abgebaut wurde. Also ganze Fabriken wurden abgebaut und gingen in Moskau. Also hier war dann gar nichts mehr. Hier war einfach nur noch ein Landwirtschaftsacker. Und dann hat sich die DDR so ein bisschen hochgekämpft, aber da ist man dann zehn Jahre hinterher. Da kannst du arbeiten, wie du möchtest. Und man muss halt einfach sagen, wir hatten einfach eine Misswirtschaft in Ostdeutschland. Also diese ganzen Fünfjahrespläne, dieses ganze sozialistische System, das konnte nicht funktionieren. Und ist klar, dass es dann deswegen hier anders aussieht als im Westen, weil wir halt 40 Jahre lang so einen Unsinn mitmachen mussten. Da muss ich sogar einwerfen, dass das am Anfang halt gar nicht so schlimm war. Also als die hier so in den 50er Jahren, 60er Jahren, war es so eine gewisse Hochstimmung tatsächlich, weil dann eben die Gebäude aus dem Boden geschossen sind. Langsam, aber sie sind. Also man hat sozusagen mit eigenen Augen gesehen, es geht voran. Und diese Sache mit Dreijahresplan, Fünfjahresplan, das fing dann so in den 70ern an, so richtig schlimm zu werden. Und wie du schon sagst, das ist dann das Ende aller Sachen. Genau, und gerade in den 80ern, da war dann alles vorbei. Also da haben dann auch die DDR-Bürger gemerkt, wie hinterher die waren im Vergleich zum Westen. Also das Ding ist ja auch in der DDR gewesen. Ganz abgeschlossenes hermetisches System war es ja nicht. Viele hatten Verwandtschaft im Westen, haben dort Pakete bekommen. Und dann ging es bei so ganz banalen Sachen los, zum Beispiel, dass du, meine Mutter hat mir das immer oft erzählt, da gab es halt ein Westpaket, da waren halt schöne Filzstifte drin oder Kulis oder so. Das gab es hier einfach so. Das war Neuland, ne? Die schönen bunten Kulis oder so. Ja, tausend Sachen. Oder da gab es da mal einen schönen Pullover, einen Strickpullover, den es hier nicht gab. Und 10 Millionen solche Sachen. Und vom Auto brauchen wir gar nicht reden, also wir haben die ganze Zeit das Trabant. Und auf den hast du 15 Jahre gewartet. Und im Westen sind sonst was für Autos rumgefahren. Und daran ist das System letztlich auch gescheitert. Also an dieser Unzufriedenheit in den 80ern. Das lässt einen natürlich auch so ein bisschen denken, wenn jetzt, keine Ahnung, Deutschland zum Beispiel aus der EU austritt und die EU macht die Grenzen zu, dann fällt Deutschland ja schlussendlich wieder auf so einem Niveau runter. Und wie man dann damit umgeht, auf diesen Verzicht, der dann einhergeht damit. Einmal stopp. Wir würden runterfallen, wenn wir aus der EU austreten? Ja, wenn die Leute sozusagen die Handelsgrenzen zumachen dann. Also die Rest-EU, wenn man so möchte. Ach so, wenn die... So wie bei Großbritannien, um so ein bisschen zu bestrafen. Ah, ich verstehe, weil wir könnten dann nichts mehr exportieren, meinst du? Ja, ja. Und auch nichts importieren, ja. Das müsste man halt hart durchdenken, wie man da über die Runden kommt. So, wollen wir zur nächsten These gehen hier? Ja. Genau, so. Außerdem wünschen sich über 80% eine Ostquote bei der Besetzung von politischen und wirtschaftlichen Führungspositionen. Ja, wo die herkommt, ne? Ja, wir hatten es ja vorhin angesprochen, wir haben halt sehr viele westdeutsche Politiker hier. Ist verständlich, aus ostdeutscher Sicht. Diese schlechte Stimmung spiegeln auch Wahlergebnisse wider. Bei Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern 2019 verzeichnet die rechtspopulistische AfD in Brandenburg fast... Die rechtspopulistische AfD, ich hasse das, wenn die, also dass das immer noch gemacht werden muss, nach Jahren, wie es diese Partei schon gibt. Die AfD, da musst du immer noch dieses Adjektiv rechtspopulistisch davor sitzen. So als würde ich sagen, die sozialistische Linke oder die konservative CDU oder... Aber das finde ich ist noch aus dem Bergzeugkasten, den die haben, die schmeichelhafteste. Also Populismus finde ich nicht stimmt, dass die rechts ist, ist okay. Das ist jetzt auch nichts Wildes, die hätten auch irgendwie extrem rechte AfD oder rechtsextrem oder was weiß ich. Also da finde ich das schon fast noch schmeichelhaft. Aus deiner Sicht ist das nicht schlimm, aber für den Normi ist das schlimm. Wenn er das hört rechtspopulistisch, das ist böse. Weil Populismus ist schlecht und rechts ist schlecht für den Normi. Ist Populismus immer noch schlecht besetzt? Ja, unbedingt, unbedingt, natürlich. Da ist ja dieses ganze Thema dran, naja, die haben immer auf schwierige Lösungen, haben die so einfache Antworten. Die hören aufs Volk, also auf mich widerlich. Na gut. Burg fast 24%, in Sachsen fast 28% und in Thüringen etwa 23%. Jawohl. Newsflash 35. Das ist der Tag kurz vor 11 und ich bin auf dem Weg aufs Land. Nach Leislich, einer kleinen Stadt mit 8000 Einwohnern zwischen Leipzig und Dresden. Schön, da ist ja direkt um die Ecke. Fast alles leer. Das ist auch immer so, das wurde auch immer als Kritikpunkt an diesen ganzen Reportagen aufgenommen, wie oft die einfach durch die Kante laufen und damit fünf Minuten von so einer Doku füllen. Ja, hat er jetzt gesagt, fast alles leer, naja, ja gut, klar. Alles leer, fast alles leer. Hier haben 28,9% AfD gewählt. Seit 20 Jahren gibt es das alternative Jugendzentrum Leislich, kurz Ajoz nun schon. Rund 20 bis 25 Leute bilden hier den harten Kern. Da ist schon wer. Alter, ich muss das, warte mal. Wie verranzt das schon wieder aus? Verstehe ich gerade richtig, was hier passiert? Er will in den Osten gehen, um ein bisschen, naja, vielleicht was über rechte Kultur zu erfahren. Also wie die Ossi so ticken, warum die so drauf sind, wie sie drauf sind. Dann geht er in ein alternatives Jugendzentrum? Das Erste, was er macht? Er braucht seine Dosis Berlin, er war zu lange draußen. Also das ist doch einfach nur dumm. Und der wird sich jetzt dort halt anhören lassen, ja, das gibt es dort und dort, die Nazis und so. Klar, mag es geben, aber das sind doch hier nicht die normalen deutschen, ostdeutschen Bürger, mit denen er spricht. Er hatte auch schon eigentlich gut angefangen mit, hm, hier stehen alle Geschäfte leer. Hm, die Leute haben jetzt vier AfD gewählt. Könnte es da einen Zusammenhang geben? Nein. Ich gehe erst mal in den linksextremen Jugendtreff. Hier treffe ich mich jetzt mit Robin, Sophie und Sina. Hi, grüßt euch. Servus. Sollt's losgehen? Ja. Sag jetzt mal Hallo, sie haben uns grüßt euch. Ja, dann zeigen wir dir mal das Allzeit. Ja, gern. Gehen wir gleich mal eine Runde. Geh du vor am besten und ich folge unauffällig. Also der Robin könnte auch Based sein. So, hier ist Konzertraum. Hier ist der Konzertraum, genau. Sebastian, hier siehst du, hat sich 2015, da gab es einen Überfall auf uns. Uns haben 20 bis 30 Neonazis verfallen, maskiert mit Totschlägern, mit Baseballschlägern. Wir waren vorrangig Mädels, also überwiegend. Ich glaube, wir waren so 15, knapp unter 20 Leute und hatten gegen die einfach keine Chance, weil dieses Überraschungsmoment ganz klar bei den Neonazis war. Wir konnten uns nicht wehren. Im August 2016 gab es dann einen Gerichtsprozess, wo alle Angeklagten freigesprochen wurden. aufgrund mangelnder Beweise. Die Richterin hat aber auch klar Stellung bezogen und hat gemeint, sie weiß, dass es diesen Angriff gegeben hat, kann aber keiner einzelnen Person eine Tat nachweisen. Fühlt ihr euch da nicht krass eingeschüchtert? Oder sagt ihr, jetzt erst recht? Ich finde halt im AJZ so, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich auch sicher. Also ich habe da jetzt keine Angst, dass wir da irgendwie angegriffen werden oder sowas. Aber halt teilweise von unserer Gruppe sozusagen, die halt im AJZ auch regelmäßig ist, die meiden halt auch Stadtfeste und sowas, weil sie halt gerade Angst haben, und dass sie halt erkannt werden von rechts angehauften Personen. Ja, und dann haben die halt natürlich auch keinen Spaß auf solchen Festen. Na, wie vergiftet ist der Brunnen jetzt? Was denkst du? Alter, der ist ja hardcore vergiftet. Das ist wirklich das Ding. Du legst mit so einem Thema los, mit irgendeinem Fall, wo wir gar nicht wissen, wie das genau passiert ist. Und das wird jetzt hier so als Vorzeigebeispiel genommen, wie es bei uns abläuft. Weil du nimmst die Perspektive eines Linksextremen oder eines Linken und als Einzige und ja, das ist dann so gewesen. Vor allem soll das hier so suggerieren, naja, man könnte im Osten eine Links sein. Also, Bullshit. Absoluter Bullshit. Ich meine, gerade wenn man jung ist, ist es eher schwieriger, noch recht zu sein. Ich spreche da aus Erfahrung. Also, irgendwie alle Kneipen, Diskotheken und so, die es so gibt, sind hartlingsorientiert. Zumindest da, wo ich gewohnt habe, in den Städten halt. Ja, also auf dem Land ist es tatsächlich so, dass es eher ins Konservative driftet. Aber wenn du so, ja, sag mal so klassisch altlings unterwegs warst, dann hattest du da auch deine Blase mit deinen Leuten. Und natürlich gab es Reibereien, das würde ich jetzt gar nicht so beschönigen. Aber das war in den 2000ern, die reden hier von 2015. Also, sorry. Ich habe schon lange keinen Neonazi mehr gesehen. Und, also, ich weiß ja nicht. Also, auf dem Land. Was die sich hier zusammenfantasieren. Ich raffe das jetzt nicht. Und was mir hier auch gar nicht gefällt, ist, naja, halt dieses ganze Thema mit diesem Überfall, dass sie den jetzt hier so präsent machen. Weil wir haben doch auch, oder noch viel vermehrter, vor allem linksextreme Gewalt hier in Sachsen. Also, ich denke da zum Beispiel an die Hammerbande von der Lina Engel, die jetzt auch verurteilt wurde, zu, was war es, läppischen Neunmonate-Bewährung oder sowas? Sie hat doch Freigang wegen ihrem Asthma bekommen oder irgend so, was war das? Ja, irgend so ein Unsinn. Jedenfalls, da muss man sich mal vorstellen, da ist halt hier so eine linksextreme Bande, die sogenannte Hammerbande, ist über Jahre hinweg durch Ostdeutschlands, durch Mitteldeutschland gezogen. Und hat halt irgendwelche Leute überfallen, hat dort geklingelt, mehrfach sogar als Polizisten verkleidet. Ja, ja. Und hat dann gesagt, ja, hier, wir haben ja Durchsuchungen bei Ihnen und so. Dann hat halt derjenige die Tür geöffnet, dann hatten die halt Hammer am Start und haben den dann verprügelt. Und auf die Knöchel geschlagen und so, also gefoltert, einen Haufen so einen Scheiß. Also die haben ja letzten Endes behindert geschlagen, tatsächlich. Ja, eben, eben. Und sowas ist mehrfach passiert. Und hier tun die uns jetzt irgend so einen extrem unprominenten Fall, von dem ich noch nie gehört habe, rauspicken und uns hier als erstes präsentieren. Dafür, wie es im Osten so geht. Ja, auch diese Übertreibung, also ich sage jetzt einfach Übertreibung mit irgendwelchen Totschlägern und so. Der sieht mir noch sehr gesund aus, der Junge, für das, was er geschildert hat hier, ehrlich gesagt. Ja, also ganz eigenartig. Aber gut, das ist halt so ein bisschen übertreiben, ja, meine Güte. Brunnen ist vergiftet. Extrem vergiftet. Vielleicht reden sie ja noch mit dem AfDler, mal gucken. Ja, haben wir sehen. Jetzt gibt es natürlich viele, wenn die die ganzen Geschichten hier hören, die machen die Klischee-Schublade auf, holen das Klischee raus und sagen, hier im Osten gibt es ja lauter Nazis. Habe ich doch immer schon gesagt. Wie geht es euch damit? Klar, man fühlt sich erst mal doof, so halt in eine Schublade gesteckt zu werden oder wo jetzt die Wahlen waren und schon wieder übelst viel AfD. Nee, ich muss hier raus aus Sachsen, sagen die dann. Und ich denke mir, naja, klar, Sachsen ist aber trotzdem halt schön. Unsere Heimat. Ja, ist unsere Heimat sozusagen. Ja, genau. Und das will man halt auch irgendwie schon ein bisschen verteidigen. Klischee, in Sachsen sind nur Nazis. Sehe ich als Beleidigung an. Gegen allen Sozialarbeitern, gegen allen ehrenamtlichen, aktiven Menschen. Die arbeiten hier bewusst in ländlichen Provinzen, zielen mit Absicht nicht in die Großstädte, um den Neonazis in den ländlichen Strukturen überhaupt nicht das Feld zu überlassen. Also ich habe mich ja... Ich muss hier nochmal kurz einhaken. Also klar, das ist so das, was Linke immer machen, aber das ging halt hier so wie nebenbei, weißt du, fällt der Begriff Nazis und dann so in zwei Sätze fällt der Begriff AfD, in zwei Sätze später. Ja, also die sind für mich noch sehr in den 90ern stecken geblieben mit ihrer Freund-Feind-Erkennung. Ja. Können wir das nicht anders zusammenreimen. Ja. Na gut. Ich habe mich ja am Anfang gefragt, warum gerade hier in Ostdeutschland so viele Leute AfD wählen. Klar, viele Gründe. Einer ist vielleicht, dass sich die Menschen hier abgehängt fühlen, aber die Menschen im Westen fühlen sich ja auch teilweise abgehängt. Und genauso ist es, dass es... Hä? Also ich habe noch nie eine Umfrage gesehen, wo im Westen jemand, der sich nicht mehr gerade gesagt hat, ich fühle mich abgehängt. Ah, das weiß ich nicht. Aber egal. Also was ich lustig finde, dass hier als erstes auch wieder kommt, die Leute wählen AfD nicht wegen... Weil die einfach die Themen gut finden, die die aufs Parkklett bringen. Zum Beispiel eben Ablehnung von Überfremdung. Sondern, ja, weil die sich abgehängt fühlen, die sind benachteiligt. Wissen sind dann immer solche... Naja, ich finde, das sind so herabwürdigende Narrative über die Ostis. Also ich bin da auch ganz allergisch drauf. Also kommt jetzt hier so ein West-Typ mit seinem ARD-Team, kommt bei uns an und erzählt uns dann halt, wie abgehängt wir sind und dass wir deswegen alles Nazis sind und so. Also ich kriege schon so einen Hals, wirklich. Also ihr merkt schon, ich entspreche so ein bisschen diesem Klischee Ost-Iso, der das extrem ablehnt, dieses ganze West-Rundfunk-System. Also ich fühle mich hier auch gerade extrem auf den Schlips gedreht. Ja, mal gucken. Vielleicht kommen jetzt noch bessere Gründe. Ja. Viele Orte gibt, wo schockierend viele Menschen AfD wählen. Schockierend? Gleichzeitig ist natürlich die Mehrheit hier im Osten auch nicht AfD-Wähler. Ja, 35 Prozent mittlerweile. Also wir sind auf einem guten Weg. Also Respekt. Also das Ganze verstehe ich noch nicht so ganz. Wie er das sich überhaupt nicht ausmacht. Ich bin nun unterwegs nach Bitterfeld-Wolfen. Zu jemandem, der zur sogenannten dritten Generation Ostdeutschland gehört. Meine Fotokamera habe ich mit dabei. Sven Gatter ist Fotograf und eines seiner Projekte ist die Begegnung mit Zeitzeugen, die selbst die DDR noch miterlebt haben. Sven ist 1978 in Halle an der Saale geboren und in Bitterfeld aufgewachsen. Jetzt lebt er zwar in Berlin, kommt aber immer wieder hierher zurück. Die Kleinstadt nordöstlich von Halle war zum Ende der DDR ein Symbol für den wirtschaftlichen Niedergang und für krasseste Umweltverschmutzung. Bei Mauerfall warst du wie alt? Elf. Elf Jahre. Dann warst du ein klassisches Wendekind. Ja, also als Wendekinder oder die dritte Generation Ostdeutschland werden ja die bezeichnet, die den Mauerfall und die danach stattfindende Umbruchszeit als die prägende Sozialisationserfahrung mitbekommen haben. Also die Kinder, die noch in der DDR geboren sind, dort eine Schulsozialisation begonnen haben und anschließend die Schullaufbahn aber im wiedervereinigten Deutschland fortgesetzt haben. Das war sicher auch die prägende Kindheitserfahrung inklusive dieses gesamten Umbruchs, der dann stattgefunden hat. Ja, von den sogenannten Wendekindern, glaube ich, unterschiedlich erlebt wurde. Einerseits als ein großer Freiraum plötzlich, so ein anarchischer Raum und zum Teil aber eben auch als eine Zeit, die sehr verunsichernd war, wenig Orientierung geboten hat. Svens Interviewpartner ist heute Ingo Otto, Kapitän auf dem historischen Ausflugsschiff MS Reutnitz. Früher war das hier eine Braunkohlegrube, heute ist daraus der Deutsche See mit Hafenfest und Bootrennen geworden. Also ich muss da sagen, also bis jetzt macht der Typ hier, der Fotografen, einen vernünftigen Eindruck, ein bisschen differenziertes Bild. Ja, auf jeden Fall. Sehr angenehm im Gegensatz zu diesem ARD-Hansel hier. Ja, also das finde ich vernünftig, dass er sich auch den hier ausguckt. Also vielleicht erfährt er da jetzt über den was, weil der macht ja so ein Projekt, dass er viel mit Ostdeutschen redet. Tatsächlich redet, ja. Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoller, als ins IOZ zu gehen, also in so ein alternativen Suchenzentrum und irgendwelche Linksextreme zu tragen. Ja. Hallo. Die halt Antifa-Sticker an der Wand. Das ist jetzt hier die MS Reutnitz. Jo. Der einzigste in Deutschland überhaupt existierende Originalfrachtensekler. Der kriegt das mal ein Plus für einzigstes. Das ist irgendwie so, das ist auch so ein Ostding, oder? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Aber tatsächlich habe ich das auch schon oft gesagt, einzigste. Und es wurde mir immer angekreidet, ein deutscher Absatz. Ja. Ich habe jetzt einfach mal so ein paar Fotos mitgebracht, damit du dir das so ein bisschen besser vorstellen kannst, was ich bisher fotografiert habe. Und jetzt beginne ich sozusagen den Fokus so ein bisschen zu verändern. Was sind das eigentlich für Leute, die hier erste Geschäfte betreiben? Und du bist so einer der Ersten gewesen, die hier angefangen haben. Wie erlebst du das? Also gibt es da eine Kluft zwischen den Gewinnern und den Verlierern der Entwicklung? Ja, gibt es schon. Man merkt natürlich, dass gerade hier in dem Bereich Bedarf fällt, viele sich zu den Verlierern der Wende zählen. Also das ist immer wieder so, was man auch spürt und merkt. Ist natürlich so. Weil wenn man sieht, gerade die Generation, meine Generation, die hatten einen ordentlichen Beruf, die hatten ein ordentliches Einkommen schon. Du hattest dieses Surglos-Programm vor der Wende, die 40 Jahre DDR. Und dann der Umbruch und dann musstest du dich einfach selber kümmern um alles. War nicht einfach. Davon haben sich viele nicht wieder richtig erholt. Meine Generation, die so jetzt um die 50, um die 60, heute an Jahren zählen, da hast du es immer wieder. Das sind noch viele Dinge. So, das war doch alles schön damals. Habt ihr das Gefühl, dass... Ja, ich denke, das ist tatsächlich auch so ein generelles Ding, wenn man älter wird. Also ich hab das mal was Interessantes gelesen, dass selbst Leute, die jetzt irgendwie im Zweiten Weltkrieg oder so, oder zur Nazi-Zeit Jugendliche waren, dass die, wenn die älter werden, extrem gute Erinnerungen an die Zeit haben, einfach weil so das menschliche Gehirn arbeitet. Also man erinnert sich eher an gute Dinge, auf lange Sicht. Ja, man verklärt vieles, klar. Man verklärt vieles, ja, genau. Und klar, man muss es schon sagen, vielleicht auch, oder natürlich auch mit ein bisschen Kritik, also wir haben eine extrem starke sogenannte Ostalgie hier unter den Eltern. Ich bin da auch immer sehr kritisch, was das angeht, weil wir hatten das vorhin schon angeschnitten. In der DDR ist extrem viel Unrecht geschehen und das darf auf keinen Fall unter den Tisch gekehrt werden. Also ich sag nie wieder Sozialismus. Also mein Uropa hat, um jetzt mal noch eine Generation weiter zu springen, hat immer gesagt, ja, beim Hitler, da war an jeder Straßenecke ein Schutzmann. Also da gab es sowas wie richtige Versprechen gar nicht so wirklich, weil halt überall ein Polizist war. Ja, und in der DDR war es ähnlich, ja. Da gab es die sogenannten Volkspolizisten und wie meine Mutter gemeint hat, da hast du dann einfach Angst, also da hast du nichts gemacht, hast du dich nicht getraut. Ja. Dass zu viele Menschen ihre Vergangenheit verklären. Also in meiner Wahrnehmung ist das auch die kleinere Gruppe. Also ich will vielleicht noch ein Gretchen hier, ich bin gespannt, ob noch der Begriff Treuhand hier fällt. Treuhand? Ja. Denn das ist für mich einer der großen Gründe, warum es halt so viele Wendeverlierer, was die hier schon beschreiben, gegeben hat. Das ist jetzt selbst mir neu, kannst du das kurz ausführen? Ach so. Also, ja, erklär mal kurz. Ostdeutschland hat ja eine Industrie gehabt, trotz allen Ostverlagerungen zur Wendezeit. Und es gab dann die sogenannte Treuhand, die diese Abwicklung dieser Industrie, also dieser sozialistischen Produktionsstätten übernommen hat. Und wenn man so möchte, wurden die halt a. für nichts wettbewerbsfähig gebranntmarkt und dann wurden die für ein Apfel und Ei verscherbelt. Oder halt gleich aufgelöst. Davon habe ich natürlich schon gehört, aber den Begriff Treuhand, das war mir jetzt neu. Und ja, dadurch haben halt viele ihren Job verloren. Ja, unbedingt. Und zählen dadurch zwangsläufig zu dem Wende verlieren. Ja, man muss auch dazu sagen, natürlich war halt gegenüber dem Westen das Ostsystem halt nicht wettbewerbsfähig, also in weiten Teilen, weißt du? Ja, klar, klar. Aber wenn ich heute sehe, was heute am Leben erhalten wird, oft treufe komm raus, ne? Aber es war tatsächlich so um die 90er rum, also da war dann so ein, von westdeutscher Seite aus ging halt so ein Boom los, ja? Im Osten, da kannst du viel, da kannst du dein Unternehmen erweitern, weißt du? Da kannst du jetzt neue Firmen aufkaufen, die dort nicht rentabel sind. Also Bösezungen behaupten ja, dass Ende der 80er ja auch in Westdeutschland eine Krise war. Und durch den Mauerfall und den neuen Markt, der dann auf einmal entstanden ist, haben sich viele Unternehmen so bis Mitte der 90er gesund gestoßen. Auf jeden Fall. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, der zu diesem Gefühl beiträgt hier im Osten, naja, dass der Westen uns so übernommen hat, dass eben viele Westdeutsche in den oberen Etagen sitzen. Weil so ist es eben nicht nur in Politik gewesen, sondern auch dieses Phänomen in der Wirtschaft. Aber da kamen halt irgendwelche großen westdeutschen Unternehmer und haben hier viel aufgekauft. Und dann hast du auf einmal einen westdeutschen Chef vor dir sitzen. Ja. Ja. Okay. Oh! Okay. Sehr geil. Da habe ich wohl die Wette verloren. Okay, sehr geil. Im Oktober 1990. Die Herausforderung? Zusammenwachsen von Ost und West. Eines der Probleme? Unterschiedliche Wirtschaftssysteme. Freie Marktwirtschaft im Westen. Im Osten staatlich organisierte Planwirtschaft. Aus der Planwirtschaft soll eine Marktwirtschaft werden. Darum kümmern soll sich die Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums. Kurz Treuhandanstalt. Die Ziele der Treuhand? Einerseits Wahrung des Volkseigentums und Erhalt vieler Arbeitsplätze. Andererseits Privatisierung und die Bildung von Kapitalgesellschaften. Insgesamt verwaltet die Treuhand etwa 4 Millionen Arbeitsplätze. Betroffen ist fast jeder zweite Berufstätige in der DDR. In geschätzt 45.000 Betrieben. Ein radikaler Umbau. Viele DDR-Betriebe sind nicht wettbewerbsfähig. Produkte nicht marktfähig. Industrieanlagen veraltet und Absatzmärkte fehlen auch. Das Motto der Treuhand? Schnell privatisieren, entschlossen sanieren und behutsam stilllegen. Die Bilanz? Die Treuhand arbeitet 5 Jahre. Dann wird sie aufgelöst. 14.000 Unternehmen und 22.000 Gastronomiebetriebe und Läden werden privatisiert. Also verkauft. Dabei verlieren mehr als 2,5 Millionen Menschen ihren Job. Also über 50 Prozent. Das ist eine gute Quote. Junge, Junge. Ja, das ist krass. Ja, da kann kein sozialer Brennstoff entstehen, wenn man das so macht. Ich finde das bis jetzt sehr gut hier. Also schön, wie soll ich sagen, Fakten behaftet. Ja, kurz und knapp, aber auf den Punkt, ja. Gibt zahlreiche Skandale. Einige Investoren kaufen Unternehmen nur, um sie auszuplündern. Ohne Rücksicht auf die Beschäftigten. Milliardengewinne werden abgeschöpft. Zu Lasten der Steuerzahler. 80 Prozent des Vermögens, das die Treuhand verwaltet, gehen an westdeutsche Unternehmen und Investoren. 14 Prozent ins Ausland. Und nur 6 Prozent verbleiben in der ehemaligen DDR. Tja, warum fühlt man sich da abgehängt? Ich weiß es nicht. Ja, sehr interessant, diese Prozentzahlen auch. Sehr interessant, ja. Ich möchte bloß einwerfen, wir haben jetzt noch eine Minute vor uns. Und wir haben bis jetzt mit, naja, drei Leuten ja gesprochen. Ja, also mit diesem Fotografen und dann diesem Fischer und davor mit den Linksextremen. Also, was ist denn das für eine Auswahl? Klar, wir sind hier bei Respekt kompakt. Das ist ein kürzerer Zusammenschnitt von der 28-Minuten-Fassung. Aber man würde doch meinen, die tun hier die besten Sachen bringen. Und dann bringen sie halt wirklich als erstes die Linken aus dem Marketset. Ich verstehe auch nicht, warum die nicht so einen klassischen Wutburger genommen haben. Der ist doch geil für die Kamera. Ja. Haben die keinen Dulli finden können? Ich verstehe das nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich waren sie schon zu klug. Die Arbeit der Treuhand wird bis heute unterschiedlich bewertet. Für die einen war sie ohne Alternative. Angesichts der maroden DDR-Wirtschaft, die nicht wettbewerbsfähig war. Für die anderen war es eine Enteignung zugunsten des Westens. Eine traumatische Erfahrung, die bei vielen ein tiefes Misstrauen hinterlassen hat. Gegenüber der Marktwirtschaft und gegenüber der Demokratie. Also nach 1989 ist hier viel passiert. Industrieller Abbau, dann noch der Abbau von Arbeitsplätzen. Und die Menschen hatten so das Gefühl, als würde man ihnen nicht zuhören. Was mir klar geworden ist, dass ich die letzten 30 Jahre zumindest was anderes erlebt habe, als die Menschen in der DDR und in der Nachwuchszeit. Moment. Er hat die letzten 30 Jahre was anderes erlebt, als die Menschen in der DDR. Ja, er ist vielleicht irgendwo am besten aufgewachsen und ist jetzt so Mitte 30, keine Ahnung. Ja, aber worauf ich hinaus will, die DDR gibt es seit 30 Jahren auch nicht mehr. Ja, also er hat nichts anderes als die Menschen in der DDR, sondern wenn, was anderes als die Menschen in der ehemaligen DDR. Ja, ja, okay. Okay, gut, wenn er sich auf die Vorhergeneration bezieht, dann naja, egal. Ähm, ja, gut, das ist ja jetzt auch tatsächlich schon vorbei. Ich fand das jetzt am Ende auch so ein bisschen lasch, diese Argumentation. Also klar, mit der Treuhand, das ist schon richtig, das hat für Unzufriedenheit gesorgt. Aber das war vor 30 Jahren, ja. Das war vor 30 Jahren und das ist doch echt ein Argument, das ist so dieses typische West-Argument, finde ich, um das so unter den Tisch zu kehren. Ja, deswegen wählen die Ossis AfD. Also, nee, wir wählen AfD wegen den Themen. Wie gesagt, weil wir eher noch die Probleme sehen wollen als ihrem Westen, also gerade was Migration angeht, zum Beispiel. Wenn man es mal rumdreht, könnte man bösartig sagen, der Wessi kann sich nur vorstellen, wenn Wirtschaft sich verschlechtläuft, dann wird extrem gewählt. Dass es aus irgendwelchen anderen Gründen sein kann, das kann gar nicht sein. Also, solange wie es der Wirtschaft gut geht, dann ist alles gut. Ja. Und irgendwas anderes findet gar nicht statt. Also, so eine richtige CDU-Denke irgendwie. Ja, so eine richtige FDP-CDU-Kack-Mentalität. Ja, aber die Wirtschaft. Genau, wir tun alles für die Wirtschaft. So, ja, wir brauchen doch neue Leute hier, Zuwanderung für die Arbeitsplätze und so und tausend solche Sachen. Also, immer nur Wirtschaft, 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 ohne an die Kultur zu denken und an die Leute an sich. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ich bin aber wirklich enttäuscht, dass es jetzt schon vorbei ist. Jetzt wäre eigentlich der Punkt, tiefer zu gehen, oder? Ja, ich würde auch fast sagen, vielleicht wollen wir uns doch noch diesen längeren Beitrag zur Gebüte führen und dann die Szenen, die wir schon gesehen haben, skippen. Vielleicht machen wir das mal noch in der nachgelagerten Folge. Wir können ja mal so durchskippen, ob sich das lohnt oder ob der dann noch in drei AZ-Connys oder wie die alle heißen, reinrennt. Weil in dem Aufmacher-Bild zum Beispiel hat man ja hier ein Bild von einer Pegida-Demo gehabt. Also, hätte mich schon interessiert, was Sie dazu beantworten haben. Stimmt, stimmt, hast recht. Warum haben die das nicht reingenommen? Ja, das war halt dann vielleicht im 28. Beitrag. Oder einfach, das macht sich schick für einen Aufmacher hier. Schöne Dresden, wenn du so kommst. Ja, liebe Zuschauer, also wenn ihr demnächst nicht noch einen zweiten Teil seht, dann heißt das, dass das so ein, ja, ein schönes Bild war und Pegida nie besucht wurde. Auch in der langen Fassung nicht. Naja, man muss ja dazu ehrlicherweise sagen, Pegida findet ja eigentlich gar nicht mehr statt. Was ist eigentlich? Also, ich habe schon seit Jahren keine Pegida-Demo mehr gesehen. Aber so wie ich es rausgehört habe, war die Demo so von zwei, äh, die Demo, Entschuldigung, die Reportage hier von 2019, 2020, ne? Ah, okay. Weiß ich jetzt gar nicht. Okay. Die hatten immer so Statistiken von 2019 und da denke ich da, ein Jahr später vielleicht die. Vielleicht, ja, das kann sein. Und ich weiß gar nicht, war 2020 Pegida noch ein Ding? Ah, nee, da schon gar nicht mehr. Ja, das war gar nicht so lang eigentlich. Vielleicht bis 2018 mit Wohlwollen, aber, ja. Ist das eigentlich eingeschlafen? Du kennst dich ja ein bisschen besser aus da. Was ist da passiert? Ja, ich kann das ja auch hier frei sagen. Ich war oft bei Pegida. Das ist, ja, das ist dann ziemlich eingeschlafen, muss man tatsächlich sagen. Also, ja, es ist einfach eingeschlafen, einfach weil sich da nicht viel bewegt hat. Also, es gab so eine große Boomphase um 2014, 15 rum, mal anderthalb, zwei Jahre, wo teilweise ja wirklich über 10.000 Leute hier in Dresden am Start waren. Wo wirklich, man dachte, oh Gott, jetzt, das ist ja wie damals 89, weißt du? Jetzt sind es 10.000, nächste Woche sind es 20.000, dann 30.000. Da war so ein bisschen diese Stimmung. Aber das ganze System, das ganze Mediensystem hat ja extrem dagegen geschossen. Wir hatten das im Vorgespräch schon. Also, ich sage, die hatten extrem Angst vor Pegida, weil da einfach, naja, ziemlich normale Menschen zu sehen waren. Wie hieß der eine Typ? Bachmann, glaube ich, ne? Lutz Bachmann. Der, also, das war jetzt so meine Außenwahrnehmung, hat sich auch nicht gerade clever angestellt. Nee, das muss man tatsächlich sagen, ja, ja. Also, Pegida hatte immer seine Skandale, hat viel Skandalfläche geboten. Ja, aber ich sage letztlich, das war, die Leute hatten, die Linken hatten Angst vor Pegida, weil das hier eine extrem starke Bewegung war. Und weil es eben in der Mehrheit nicht irgendwie rechtsextrem war, also, dass da nur Nazis wären oder so. Also, es waren halt, klar, viele ältere Leute, viele unzufriedene, aber es waren halt eben einfach Leute von der Straße, die man dort gesehen hat. Wirdst du zustimmen, dass man da sagen kann, so mit Konservativen ist nichts zu erreichen auf Dauer? Ja. Nicht auf Dauer. Gut, wenn man es positiv sehen will, könnte man sagen, dass die AfD jetzt so daraus gelernt hat und dieselben Fehler nicht wiederholt. Schauen wir einfach mal. Ja, muss ja, muss ja. In dem Sinne, hast du noch was zu dieser Doku? Nö, wie gesagt, wir gucken uns kurz die Langfassung an und seid gespannt auf das neue Teilgabe. Das machen wir im Nachgang, genau, würde ich auch sagen. Ansonsten, gerne wieder, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. War sehr schön und anekdotenreich. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.